Die ganze Welt macht Witze über einen Typen, der nur faul rumhängt und nie aus dem Haus geht. Aber die Wahrheit ist, dass dieser Typ ein Genie ist. Denn mal ehrlich, auf der Couch lümmeln und Glotze gucken, Bierchen trinken und alleine Rips essen, ist das, was sich jeder wahre Amerikaner als Dauerbeschäftigung erträumt. Ja, aber wär's nicht besser, wenn man das mit jemandem teilen... Ich meine, du fühlst dich doch einsam, wenn... Doch, hört sich super an.